Mal gucken kurz Verpasst die Eino, und du nenn mich Gottfried Ich nenn dich Gottfader Ich bin doch ne... Tomlick, ich nenn dich Gottfader, man Nenn mich Hurensohn Okay, du Hurensohn Danke Ja, der schickt auch Gas in den Geld rein Ich weiß nicht, ob man das besorgen soll Fabian Spool ist es auch gewinnt Du willst, dass du es verlierst Scheiße, du gewinnst gar nichts, du gewinnst meinen Hintern Wo sein Geld da rein... wo... Den Hintern, den sein Geld reinschieben kann Schiebung 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 Abschiebungen Und... Wir werden zum Schiebung Ich werde... ich werde Schiebung als mein Sponsor Warte! Als mein Sponsor Krieg ich das? Nein! Wie wird's doch das verhext? Hex, hex Und du Hurensohn Eggersdorf Geh hinter mir Ich werde... Steh gewinnen, hallo! Danke, Buckner Was willst du? Gewinnen! Was soll ich das verhext? Foto-Synthese Welche Fotosynthese die Vorlage machen? Ich will vor 1000 Zuschauern Na, die! Wie geil! Guck! Wie geil, du gewinnst vor 1000 Zuschauern Ich bin Laden Tor Komm, Hase! Trotzdem ist dieses Spiel schon Schiebung Fick dich, Chris Halt bloß Du bist geschoben Nach Hause Mann Dieser Spichel ist geil Guck doch mal, wo Alf da ist Dann weißt du, was Schiebung ist Guck dir mal, wo mein Hintern ist Ich hatte zu dem Zeitpunkt 7 Punkte und nicht nur 6 Schiebung Ich müsste meinen einen Punkt reklamieren Ich hätte zu dem Zeitpunkt ein Hintern Chris, halt einfach die Fresse, Alter Halt einfach die Fresse Guck, ich hab dir kein Tor gegen dich kassiert Schiebung Warum hat der nicht kein Rot zu dir? Den hab ich doch grad noch mit dir allein gewechselt Das ist der Hohensohn Egal Mach, mach Ich hab ne dumme Idee, die will ich jetzt nicht machen Mach! Soll ich die machen? Chris, soll ich die machen? Nein, 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 nein Mach ruhig Mach wieder zurück So wie es war Mir ist es egal Du musst Heidecken wieder nach links tun Die Tua war in der Spitze Mach wie du willst Wie ich mach... Soll ich die dumme Idee machen? Ja mach doch, Alter Okay, tu Birk für Tua rein Was? Also das mit Birk für Tua ist noch aber Tua? Geht nicht Oh... Dann, dann Ratting Alter, da wird zu Ratting in den gleichen Tauschen Der hat ne Gelb-Rote, du Spasti Achso, ich dachte, wer verletzt Okay Verstand Verstand Ich stell mir grad vor, wie ich mit dem Seitenschiri da diskutiert hab Ey, ich will den Kerl auswechseln, hat ne Gelb-Rote Ich will den Kerl auswechseln, hier für meinen Ersatz-Rot Ich nicht Ich will den Kerl auswechseln, hat ne Gelb-Rote Achso, das ist mir doch scheiße Blumenal Ich bin dran Wo bist du dran, an meinen Hintern? Wär geil Maa, wie viel soll ich heute noch kriegen? Maa! Was ist das? Nein! Anni! Anni! Ich bin die dumme Typ, Johnnie, da leck mich an den Socken Ich hab nen 3-3 gegen Pferde geschafft, ich hab alles in mein Leben ein Eifert Ich hatte 7 Punkte Ich wurde bei Punktblattel gestreut Ich hatte 6 Punkte Warte mal, ich bin jetzt eigentlich besser dran Fick das! Meine Tarschützen sind sehr komplex Ja, du darfst, du darfst, du darfst, ich bin doch scheißegal Halt alles die Artgeläst auf Immer abspeich Jetzt wo Schiebung ist, speistet der ab Ja Halt die Fresse, du liebst den Spielbestand auch Hier, weißt du auf welches Spiel ich mich schon freue? Hier, wo du 3-0 verlieren wirst Hurensohn Was ist das aber, wenn der nicht 3-0 verliert? Anne Schiebung Bringst du dich um, und da kommst du viel stärker zurück, als du jemals sofort zurückkommst Nein, an der Schiebung Dann ramm ich dafür mit dem Pimmel in den Maul, du Fotze Ja, ich ramm den beiden Pimmel auch in mein Geld rein Ich fick in meine Geldscheine, ab meiner Kolbe Ich stell mir so einen Typ vor, der wirklich seine Geldscheine hat verkreist Was ist das denn? Was ist das denn denn nun? Tut mir leid, ich hab kein Video-Auto gemacht Ja, dagegenhalten, ja Plus 1000 Euro Prämie War wichtig Und ich tippe auf Sieg Weißt du, wie du diese 1000 Euro viel besser nutzen kannst? Wie? Dann gibst du mir Wenn ich sie für meinen Arsch schiebe, ja Nein, gibst du mir Ja, sag doch, das pissen mich ja noch mehr an Assamore Was? Ich soll dich anpissen? Kann ich machen Fick deine Mutter, wenn du mich anpisst Deine oder meine? Deine! Ach so, aber das kippt er gar nicht Das ist ja der Plan, ihr Wohnzimmer Ja, ich führe, ich bin Dritter Was, du, was solltest du eigentlich, dass Patrick aufhängt? Ja, keine Schiebung Was gibt dir die Erlaubnis, mich Hurensohn zu nennen? Oh, Kestas Knigge Kestas Knigge hat bei mir eine Gelbe Nein, danke, du bist Erster, du Hurensohn Kestas Knigge hat bei mir eine, hat für die Gegner eine Gelbe gesehen Chris war jetzt auch ein Tor Wann wirst du, was ich sehe? Nichts, weil ich blind bin Wann wirst du, was ich sehe? Wann wirst du, was ich sehe? Tor, nein! Wann wirst du, was ich sehe? Ich sehe das, was Berking sieht Hab mir jetzt auch nur ein Auge Seit wann? Seit heute? Seitdem jetzt hier eine Schiebung passiert Was ist denn die Schiebung? Du wirst geschoben! Du wirst nach Ikea geschoben, damit du dann ein Fleischbällchen isst Ich schiebe das jetzt nach Lüttenburg Ich kann nicht mehr Nach Toilettenburg Was willst du, was soll ich ein Toilettenpumpe machen? Nein, das ist nichts Ich bin eben Spendet, ihr Hurensohn Wieso bist du schlapp? Komm, 2-5, ah, schade Ja, 2-5, ich bin gerade nicht aufgeschenkt Wie wäre es mit dem 2-5 gegen Mammaken? Die sind 16er Die können nichts Du hast auch nichts Komm, jetzt kassierst du das doch Nein Gott sei Dank Ich hätte jeden im Arsch gefickt Auch mich? Hättest du mich, hättest du mich auch Du hast ein ekelhaftes Arsch Fick dich! Dann hast du mich auch gelogen! Da sind alle angelogen! Und das akzeptiere ich nicht, dass du uns ja Was ist denn akzeptiere? Die eigenen beiden Geschäftsbedingungen Die Geschwärtsbedingungen sind dir doch scheißegal! Mike Robb Ja! Der gute neue Verschiebung darf ich! Wieso haben wir geweiht am Feind? Ja, mein Hintern, du! Warum bin ich denn dein Feind? Du, 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 Mohammed Du, du bist Mohammed Ja! Wir sind jetzt gleich von Amsterdam Ich weiß mal nicht, wo es Amsterdam ist Und Amsterdam? Ich komme gar nicht von Amsterdam Ich komme von Luxemburg Ich komme schon von Rotterdam Ich bin auch scheißegal Es ist Rotterdam Ich konnte dein Gedanmen gleich Ey, Alter! Bei dir bleiben die 30 Dämme Übrigens, soll mir nicht Der Dämme ist ein guter Fußballspieler Müsste man so an dieser Stelle anmerken Ich hoffe, dass stück dir mir zu Was, mein Damm? Nein, mein Kampf, du Idiot! Ach so mein... Nein! Nein, mein Kampf! Was ist mein Kampf? Nicht mein Kampf! Ja! Verdient! Boom! Verdient! Unverdient im Hurensohn Hier ist alles verdient und alles nicht verdient So, was habt ihr jetzt davon? Boom! Unverdient! Ja, stimmt! Du bist unverdient! Du bist ein unverdienter Hurensohn Warum ist Chris ein Hurensohn? Weil ich sage, es ist unverdient 0-0-spiele gerade Hurensohn Hatschi! Ja toll! Hör auf den nächsten Dubo, Dubo! Fick dich, du Bonobo! Fick dich, du Bonobo! Black King, bester Bonobo! Und du niest! Ja klar, dass du jenemals verletzt! Du hast ja auch mit der Seele verletzt! Du hast ja auch mit der Seele verletzt! Du hast ja ein bisschen Ginger! Ich hab da einen Arschloch verletzt! Und ich bin ein Buller! Nein! Du bist ein Buller! Du bist ein Buller! Wer hat dir die Erlaubnis gegeben, den zu sein? Du schnüffelst nur an meinen Hintern rum! Warum verkrackt Kraft, Patrick, so sehr? Ja, weil ich... Warum ich meine Wand weiß? Weil er an meinen Hintern rum schnüffelt! Deswegen stinkt's so sehr! Weißt du, warum es stinkt? Weil mein Osterhase gut aussieht! Na, du bist ja keine Hase! Hast du Bock auf ein Riesens Abenteuer? Jaaaa! Mein Osterhase... Mein Osterhase... Mein Osterhase... Ich willste auswechseln! Ich hab nur das Weiherschicks! Naja, eigentlich sind's Hasen, also... Ich hab zwei Rabbids! Hier! Du eine Schulter und du eine Schulter! Komm! Ich bin hier der richtige Pascher hier von uns! Wer fickt dir hier Hasen? Ich oder du? Du! Nein! Unser Englischlehrer! Wieso tut der das? Ich weiß nicht! Sag ihm, dass du das lassen soll da oben! Ich dachte, du sagst, er ist tot! Ich dachte, du sagst, er ist tot! Kehrein, du Hurensohn! Wieso ist der tot? Sag mir das! Weil das hier gerade unentscheidend spielt! Du spielst ja nicht! Ich sollte spielen! Ich möchte aggressiv spielen! Du willst aggressiv spielen! Ich spiele aggressiv, du Hurensohn! Ich spiele auch aggressiv, merkst du das? Du bist gar nicht aggressiv! Ich bin scheiße! Lass mich in Ruhe! Okay! Also, das akzeptiert ist! Aber dann musst du mir zustimmen, dass ich die geileren Toffee-Fails habe! Mann, Schiebung! Ich bin die geileren Hintern! Ich bin jetzt auf drei Punkte hinter Dominik! Das ist die totale Schiebung! Ich bin mit Punkten hinter mir! Ah! 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 Bastard! Du bist der Bastard! Ah! Deine Fresse! Ich hab geileres Gras! Dominik ist einfach ja! Ich bin geil! Ja! Und ich will dich ficken! Hm? Nicht! Aber du bist doch geil! Ja! Ich bin geil! Ja! 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 Ja, ich glaube nicht. Ja. 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 Warte mal, warum schläfst du mir zu? Ich bin ein Hassgegner. Ja. 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 Nein, hör auf mich zu zu sterben. Ja. Ja. Ich werde das mal gegen Halbisse verkacken. Aggressiv plus 3000. Ja. Ja. Wenn du das alles hinst, nee, du machst sofort dein normaler Betrieb. Ja. Guck mal, ich bin der einzige Geile hier, der aber Turcum spielt, weil ich so ein großer Motör bin. Deswegen, wir hatten einfach keinen Bauch. Ja. 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 Und der Witz. Ja. Sieht viel zu wenig für meinen Geschmack. Und wir waren...